Wir haben ein Handy nicht mit. Nein. Das wird ja in der Hand für den Sohn durch. Das sitzt nicht, also wir sind nicht gerade. Also genug, aber... Du bist doch kein Arzt, aber vielleicht den anderen. Nee, ich muss noch lange. Bis zum nächsten Mal. Hallo. Die kommen mit an den Strand nehmen. Liegst du in der sozialen Hängematte? Ökonomi? Ökonomi. Oh, die ist ja was für ein Strand. Wird Marcel auch gefallen. Ja. Hallig sehen die aus. Die Lila nehmen. Oh, die Lila nehmen. Die Lila nehmen sehr schön aus. Schöne Lachen. Die Lila nehmen. Ja, Axel, warum wir mal reingeln, in den den Schuh geschafft? Ja, aber wir werden jetzt nicht mehr. Also ich habe einmal Kurkuma, ich habe einmal Kurkuma, dann habe ich einmal scharfe Paprika und ich habe türkisches Hähnchenfleischgewürz, für das Fleisch, muss er mit Öl anmischen, hat sie gemeint, und dann tue ich das ins Fleisch kneten, hat sie mir erzählt. Ich habe dir was zu sagen, dann koste mir 10 Euro, 10 Euro. Wie klein? Ja, ich gebe dir. Ja? Ja, klein. Dann kann ich doch jetzt hin. Und nicht, dass wir eine Bier haben. Groß wie eine Hand. Meine zweitürische Hühner. Weißt du das? Ja, Papa, Opa, Opa, Opa. Und? Genau. Nur. Moran, vitamin! Willi, Teacho? ... Anke? Ye? So fisch! Juhhahaha! Die ist die Pläne. Das ist aus wie der Falk. Das war auch immer der Schuhnebel. Der Falk ist sehr moderne. Der Falk ist sehr moderne. Die noch die Afrika ist sehr moderne. Der Falk ist sehr moderne. Die Falk ist sehr moderne. Es ist sehr moderne. Die Falk ist sehr moderne. Es ist ein sehr kommunikativ. Das ist doch da, das ist so schade. Wie heißt da Fluss? Kala Fluss. Was ist das? Nein, Kala Fluss. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020